Womit kann ich dienen? Nur um diesen kleinen Teil hier. Das ist eigentlich die Burg. Trotzdem habe ich dafür allein schon für die Front hier sehr wenig Truppen, muss man leider sagen. Ist nicht so geil. Kriegen wir schon irgendwie hin. Alter, ich kann die nicht doppelklicken. Kriegst du Aggressionen bei, Mann. Drückst du da 10 mal einen Doppelklick drauf und das geht nicht leider, sorry. Allein schon, dass hier so ein Ding drin ist. Weißt du, dass da so ein kleines Mauerstück fehlt und da so ein Mauerstück. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Relevanzbereich hat, weil es irgendwie im echten Leben so ist und dass irgendwie so eine schöne Hommage sein soll oder so. Aber selbst wenn, dann mach es doch mit dem Spiel nicht, weil es ist einfach ungünstig. Vor allem, weil da die Treppe ist. Richtig dumm. Na gut. Kommen die Ritter eigentlich auch noch raus oder bleiben die drin am chillen? Weil eigentlich müssen die auch noch nach vorne stürmen. Und die Mönche vor allem, gehen die zum Angriff oder bleiben die zur Verteidigung? Fragen über Fragen. Also, wir haben nicht so viel Gold. Unser Werkzeug ist eine Aufgabe. Wir müssen einen Triebock bauen. Wir können vier Stück machen. Klar. Was wir machen müssen, bestenfalls, ist auf jeden Fall den mit dem Triebock weghauen. Das ist klar. Die anderen drei Triebock können wir schon fast frei wählen, wo wir hinschießen. Und dann mit dem Bogenschützen und den Anbruchsschützen versuchen wir die ganzen Leute wegzusnipen. Mein Vorteil, den ich habe, ein ganz großer Vorteil. Die haben nur die Feuerkelche hier vorne. Und ich meine ein, zwei Stück sind auch irgendwo da oben gewesen. Nee, noch nicht mal. Gar nicht. Das heißt also nur hier die Front. Geht also. Was wünscht ihr? Okay. Die Ritter kommen halt so einzeln nach und nach raus. Schön. Dort. Ja. Ja. Rein da. Wegflügeln. So. Das war auf jeden Fall schon mal der Start. Jetzt kommt nicht der richtig harte Part. Anfangen würde ich mich gerne damit, dass wir versuchen den wegzusnipen. Dann müssen wir natürlich wieder die Anbruchsschützen. Wir können es nur versuchen. Ob das funktioniert oder nicht. Ich weiß es nicht. Es ist immer Glücksspiel tatsächlich. Aber wir versuchen es. Das ist wahrscheinlich schon zu weit, oder? Gut. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ah juhu. Hier den Gebiet. Und laden. Bereits eure Lordschaft. War das notwendig, ja? Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ne. Zur Stelle. Und los. Geht das jetzt? Ich kann nicht anvisieren. Ne. Bereits eure Lordschaft. Reicht das oder wirst du schon anvisiert? Ich glaube so müsste es funktionieren. Und speichern. Ich kann nicht anvisieren. Gut. Ah, aber könnte klappen. Ach, Tor und los. Wir stellen die mal nebeneinander hin. Haben wir mehr Chancen zu treffen. Machen geschultert. Bereits eure Lordschaft. Zur Stelle. Ach, Tor und los. So, schön nebeneinander stellen. Machen geschultert. Ein Rionglied, meine Freunde. Bereits eure Lordschaft. Ja, jetzt wird die Burg gestürmt. Und speichern. Ja, gut gestürmt. Ist auch wieder gut gesagt, ne? Ich kann nicht anvisieren. Zur Stelle. Ich kann nicht anvisieren. Mh. Ich kann nicht anvisieren. Da fehlt ein Block zum Laufen. Egal, vielleicht reicht es mit dem Tor. Ich kann nicht anvisieren. Auch nicht. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Das ist ja belastend. Da müssen wir einen Schritt vorlaufen. Einen Einstieg. Scheuer. Waffen geschultert. Bereits eure Lordschaft. Geht das oder laufen die jetzt vor? Natürlich laufen die vor. Zur Stelle. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ach. Ich kann nicht anvisieren. Ach. Ich kann nicht anvisieren. 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 Gerade jemand hat er doch getroffen. Warum denn jetzt nicht mehr? Zur Stelle. Achtung. Ich kann nicht anvisieren. Hm. Das ist doch jetzt belastend. Was für eine Kacke. Und los, Sire. Ich kann nicht anvisieren. Feuer bitte. Waffen. Ich kann nicht anvisieren. Bereit. Ich kann nicht anvisieren. Zur Stelle. Und. Machen. Perfekt. Das habe ich nicht gedrücken wollen. Aber hat er trotzdem gemacht. Danke dafür. Auf jeden Fall. So. Zielen. Feuer. Zack. 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 Ja. Besser als das krieg ich es nicht hin. Okay. Gut. Ist doch scheißegal. Passt schon. Gut. Jetzt kommt ein Wohnschutz nachgelaufen. Dein Ernst. Ich kann nicht anvisieren. Ich tausche den all jetzt aus. Das ist ja belastend. Ich kann nicht anvisieren. Pass auf, da habe ich eine Idee. Und laden. Während er hochläuft. Zur Stelle. Achtung. Und los. Waffen geschultert. Vorwärts. Bereits eure Lordschaft. Zur Stelle. Im Laufwild. Im Laufwild. Achtung. Und los. Sire. Jetzt ist er noch weiter vorne. Ist er denn dumm? Du sollst daneben gehen. Alter, Leute. Ja, jetzt schießen die alle. Seid ihr dumm oder so? Daneben? Daneben? So ist Feinmensch. Er hat das Laufen gelernt. Ich bin so stolz auf ihn. Sie werden so schnell groß. Er ist wieder dumm. Bereit eure Lordschaft zur Stelle. Achtung. Leute. Und los. Wie kann er denn so dumm sein? Was ist mit ihm? Er hat einen klaren Befehl. Er rennt daneben. Im Laufschritt. Waffen geschultert. Eure Lordschaft. Ich verstehe den Typen nicht. Und marsch. Wo willst du denn hin? Was machst du denn? Jetzt schießen die anderen gleich auf dich. Du Keck. Du Keck. Daneben hinstellen. Da hinstellen. Nicht nirgendwo anders. Ist das schwer zu verstehen? Nein? Cool. Alter, ist der dumm. Holy shit. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Meine Güte. Was für ein Haufen von Scheiße hier rumläuft, ey. Ei, ei, ei. So. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Zur Stelle. Sehr schön. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Treffen bitte. Oder instant. So ist fein. Jetzt kommt er noch ganz wieder hochgelaufen. Ja. Ich kann nicht anvisieren. So ist aber fein. Immer schön einen nacheinander absnipen. Das ist fantastisch. Ich kann nicht anvisieren. Achtung. Zack. Ich kann nicht anvisieren. Zack. Oh, sogar bevor er schießen konnte. Nice. Noch einer. Ich kann nicht anvisieren. Oh. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Da habe ich verkackt. Dann kommt noch ein Pfeil. Puts. Okay, es ist zwar einer fast gestorben, aber wir haben es hingekriegt. Kommt du noch mehr angerannt jetzt oder war es das jetzt bitte? Oder kommt jetzt irgendwas im Hinterland hochgelaufen? Nee, das scheint es gewesen zu sein. Gut. So. Und los. Ich kann nicht anvisieren. Ach so, der steht auf einem Block weiter hinten. Okay. Ich kann nicht anvisieren. Weil der stand ja für Zinn, deswegen ist er eigentlich nicht erreichbar gewesen. Aber die müssten wir treffen können, die auf Mauern. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Geht das? Nee, der ist zu krass dahinter versteckt. Waffen geschultert. Die anderen beiden treffen wir aber hier oben. Ich kann nicht anvisieren. Zack. Ich kann nicht anvisieren. Und zack. Ich kann nicht anvisieren. Und nochmal. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Den vielleicht noch ganz kurz. Ich kann nicht anvisieren. Nee, das geht nicht mehr. Okay. Dann speichern wir ganz kurz, weil bis jetzt haben wir es noch ganz gut hingekriegt. Einen Schritt nur. Achtung. Und los. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Sire. Ach, der Armussschützer. Und laden. Waffen geschultert. Ich kann nicht anvisieren. Hm. Das ist jetzt ja belastend. Ich habe echt gar keinen Bock auf diese Mission hier, weil die Burg ist... Ach, ich weiß nicht. Das doch belasten, Mann. Das wird ja so... Das ist ja schlimmer als die Schweineburg und die Wolfsburg, was Trial and Error angeht. Du wirst ja so oft hier neu laden müssen. Bäh. Gar keinen Bock drauf eigentlich. Na ja, egal. Komm, kriegen wir irgendwie hin. Nutzen wir hier auf jeden Fall mal einen Triburg. Das ist jetzt die einfachste Variante, die ich hier habe. Oder Schilde. Schilde wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann wieder vorrücken und die einzelnen Wechseln halten zumindest versuchen. Aber ob das mit so Erfolg gekrönt ist, weiß ich nicht. Machen wir lieber einfach mal einen Triburg hier hin. Konstruieren Belagerungsgeräte. Wie können wir helfen? Ich meine, Belagerungsturm wäre auch noch eine gute Idee hier, um da durchzukommen. Aber ich versuche mich hier durchzusneaken. Da rein. Da rein. Da durch. Und da rein. Das ist vielleicht der beste Weg, den wir gehen können. So, mein Freund. Du musst jetzt das Torhaus kaputt schießen, bitte. Flugbahn ist berechnet. Und bitte schaff es mit einem einzigen Magazin voll. Perfekt. Daneben. Sauber. Tempo kurz erhöhen. Dauert zu lange. Das Gute ist, wir haben direkt eine Lücke geschossen. Oh, ciao. Mach's gut. Ei, ei, ei. Du schaffst das schon irgendwann. Alter, wie kann der denn nicht das Ding hier? Bitte. Sechs Schuss hast du noch. Jetzt wird es bei allerhöchster Eisen, was du alle treffst. Ja, so gut, so gut. Das ist ein Boden getroffen. Nicht gut. Das war ein Headshot. Sehr gut. Noch ein Cheat. Cheat, genau. Shot, bitte. Und versenkt. Und der geht jetzt nicht der Schuss, weil du immer noch einen nachdrücken musst. Gut. Eine Kuh, bitte. Das Vieh ist bereit. Hit. Sehr gut. Das hat auf jeden Fall schon funktioniert. Der erste Geldbetrag hat sich gelohnt. Bereits, eure Lodge. Ich kann nicht anvisieren. Das überlegt er. Zur Stelle. Ich kann nicht anvisieren. Lol, die treffen die nicht. Sind die inkompetent? Achtung. Ach, ich kann wieder nicht anvisieren, weil die nur hochklettern können. Ach, ist das ein Scheißbackner. Das ist ja so dumm. Ich darf die nicht mal anvisieren. Ich kann die nicht anvisieren. Oh. Weil da jetzt eine Treppe offen ist, Mann. Ist das dumm. Und Hochsturm können wir auch nicht mit Nahkämpfern, weil hier überall Pech rumgammelt. Ja, wahnsinnig gut, Mann. Und wie soll ich die jetzt abschießen? Wie habt ihr euch das jetzt vorgestellt? Aber das sind so Punkte, da finde ich es wieder fair, dass ich Bugs benutze. Weil das Spiel selber bei solchen Dingen verbuggt ist wie Scheiße. Ich kann die nicht mal anklicken, wenn ich es wollte. Die gehen, weil die haben keine Treppe. Da da eine Treppe ist, kann ich nur hochgehen. Angreifen? Nö, warum? Das für einen Angriff willst du angreifen? Was hast du denn für Vorstellungen? So ein Scheiß. Das war jetzt nicht so gewollt, aber ist okay. Nehmen wir... Ich pack's nicht, Alter, weil die das Ding verlassen haben, sterben die alle. Alter. Das ist doch jetzt ein richtiger Klassiker. Wo ist er denn? Ich hab den... Wieso laufen die alle? Hä? Ich hab doch nur den Baumeister ausgewählt. Und laden. Okay, also das Schild hinstellen geht auch nicht, außer ich lass nur eins. Ist das random? Dann stell dich halt dahinter, schütze den wenigstens. Ja, schieb den ruhig auf Seite, hast recht. Verlassen. Verlassen. Wie können wir helfen? Waffen geschultert. Ich kann nicht anvisieren. Ach, jetzt kommen wir nicht nach vorne. Jetzt hat's funktioniert. Willst du mich verarschen? Ach. Okay, der kann weg. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. So. Speicher. Und speicher. Bereits eure Wachter. Einfurt. Ich zur Stelle. Ich kann nicht anvisieren. Achtung. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und speichern. Und los, Sire. Ich kann nicht anvisieren. Der da vorne gelaufen ist, kannst du ihn treffen? Nee. Waffen geschultert. Bereit. Ich kann nicht anvisieren. Und töten. Ich kann nicht anvisieren. Ja, wahnsinnig gut. Wenigstens hat's mal funktioniert. Und Marsch. Das war richtig dumm, Leute. Richtig dumm. Holy shit. Und ich kann nicht zurückschießen. Und ich hab nicht gespeichert. Zur Stelle. So ne Scheiße. Achtung. Ich kann nicht anvisieren. Zack. Ich kann nicht anvisieren. Dankeschön. Und speichern. Sire. Ich kann nicht anvisieren. Trefft ihr den? Bitte? Nein. Trefft ihr nicht. Ja gut. Ich sag's euch, wie es ist mit denen. Ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil ich kann die nicht mehr angreifen. Weil das Spiel ein Arschloch ist. Bin ich ehrlich. Ist nicht geil. Also das hier ist wirklich, das ist wirklich behindert jetzt. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ich kann jetzt höchstens, dass das eins, was mir einfällt, Schilde bauen. Ihr könnt das nicht doch platzieren, mein Lord. Ich kann die nicht anvisieren. Ich kann die nicht anvisieren. Ich kann die nicht anvisieren. Oh. Und laden. Schild bereit. Eure Lordschaft. Und los. Feuer. Ich kann nicht anvisieren. Perfekt. Feuer. Ich kann nicht anvisieren. Alter. Und laden. Schild bereit. Eure Lordschaft. Bitte. Bitte. Lass die doch einfach nur kämpfen. Es kann doch nicht so schwierig sein. Geil. Und da ist Feuer. Wahnsinn. Und laden. Schild bereit. Ich wusste es irgendwie. Ich wusste es irgendwie, aber ich muss halt höher gehen, weil sonst treffen die es ja nicht. Ja, und so kann ich wieder nicht kämpfen. Feuer. Ich kann nicht anvisieren. Ja, Wahnsinn. Stark. Schild bereit. Eure Lordschaft. Und das ist irgendwie auch wieder Feuer? Na gut, versucht es. Schild bereit. Eure Lordschaft. Zur Stelle. Ich kann nicht anvisieren. Achtung. Schild bereit. Und schild bereit. Feuer Lordschaft. Ich muss mal kurz testen, ob ich das hinstellen kann. Okay, das würde gehen. Okay, gut. Und laden. Schild bereit. Dann gehen wir halt da hin. Und erschultert. Ist das random, Mann. Würden wir so gut wegschnitten können, dürfen wir aber nicht. Dann ernst? Und laden. Schild bereit. Eure Lordschaft. Bereits. Eure Lordschaft. Das ist ja so dumm jetzt, ne? Ich wette, ich wäre ja weit aus der Reichweite, aber ich darf die ja nicht anvisieren. Anvisieren. Nur ich das Improvisieren, jetzt treffe ich die nicht vernünftig. Was für eine Kacke. Schild bereit. Eure Lordschaft. Der eine stirbt gerade und ich kann die nicht anklicken. Oh, Junge. Ich hoffe, das ist bei Crusader und den anderen Teilen nicht so krass. Ich habe das nicht mehr in Erinnerung, wie das war. Aber bitte lass genau diesen Punkt nicht mehr so verbuggt sein. Das ist ja unfassbar nervig. Ey. Da sind doch Gegner drauf, dass die da hochlaufen können als Option. Okay. Aber wenn ich einen Gegner anvisiere, lass denen doch bitte das Angriffssymbol haben. Please. Es macht keinen Sinn, wenn die es nicht haben. Schild bereit, eure Lordschaft. Achtung. Das ist dann nur Scheiße. Schild bereit, eure Lordschaft. Los. Geht das oder ist auch wieder Feuer? Ja, also ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich komme nicht nah genug ran, weil die beschissenen Idioten meinen, oh, ein Visio, was ist das? Das kann ich nicht, dumm gelaufen, da muss ich auf Entfernung bleiben. Oh, Feuer, scheiße, tot. Aber aus Entfernung mit dem normalen, aus den Entfernungen so schießen geht auch nicht. Ich meine, nah rangehen und schießen geht auch nicht, weil dann sehen sie die irgendwie nicht, oder? Das Feuer ist nicht... Ach, das wäre alles doof. Alles doof. Ich kann es nicht mehr für mich erklären. Es ist einfach doof. Schild bereit, eure Lordschaft. Weißt du, die Schweineburg, Riesenarmee, clear ich ohne Verluste, ohne Damage zu kriegen. Ja? Ist vielleicht für euch... Ah, ne, ist kein Spoiler, aber das ist ja schon... Das ist ja schon längst passiert. Es ist ja ein bisschen verwirrend für mich jetzt gewesen, weil die beiden Folgenreihen laufen ja parallel. Aber die Invasion läuft ja nur parallel. Das hier läuft ja nach der Kampagne. Bäh. Aber das ist doch scheiße. Ich kann jetzt nicht dahin laufen und die Spastis da oben abschießen, weil zu nah rangehen, Feuer zu weit weg gehen... Äh, was ist anvisieren? Das kenne ich nicht. Ich könnte höchstens jetzt einen Tribok bauen und dem das Scheißding da wegballern. Richtig unnötig. Das ist doch kacke. Weil ich muss einen Tribok für den bauen. Sonst komme ich da sehr schwer vorbei. Das ist doch scheiße. Vor allem, ich könnte die ja easy wechseln halten, aber ich darf nicht. Bereit, eure Lordschaft! Was soll das denn? Schilder neu positioniert! Aber hier gibt's keinen Fleck ohne Feuer. Oh nein, oh, wir sind alle verbrannt. Komisch, wie ist das nur passiert? Ja, das ist doch jetzt... Also das macht jetzt die Mission komplett kaputt, dass man das halt nicht machen kann, weil die Scheiße verpackt ist. Dreckstreppe, Mann. Oh, guck mal, ich kann hochlaufen. Wahnsinn, aber angreiflich? Das geht nicht. Weißt du, es würde sogar funktionieren! Das ist das Schlimmste dran. Dass es sogar eigentlich klappen würde. Ich könnte die sogar treffen. Und jetzt plötzlich nicht mehr. Wahnsinn, sie kriegen Kills. Idioten. Feuer! Ich kann nicht anvisieren! Schild bereit, eure Lordschaft! Nein! Zur Stell! Schild bereit, eure Lordschaft! Ja, ist doch schwer, Herr Kipp. Sie sind Geschichte! Und los! Schild bereit, eure Lordschaft! Meine Fresse, war das jetzt so schwierig für euch, ja? Ist zwar ein Aboschlüssel draufgegangen, was hat er verdient? Und speichert. Eigentlich müsste ich die alle auflösen. Was haben die sowas von verdient, die Spackos? Ohne Scheiß. Was für ein Kack. Schild bereit, eure Lordschaft! Bereits, eure Lordschaft! Wenigstens haben wir jetzt dieses ganze Kackfeuer hier überwunden. Oh, das ist... Alter. Ladet nach! Zur Stelle! Ernsthaft jetzt? Da ist noch einer? Im Laufschritt! Schild bereit, eure Lordschaft! So, schön zu dem Vorlaufen. Was sind denn nur... nur Bogenschütt... Und laden. Cool. Wohin gehen wir? Es gibt Stachelpfeil. Die habe ich vergessen. Okay. Und schild seid bereit, eure Lordschaft! Dann rein da. Schild bereit, eure Lordschaft! Und rein da. Womit kann ich dienen? Stacheln! Tot! Wir rücken aus! Ein leichtes... Und weiter! Sehr wohl, mein Herr! Schild bereit, eure Lordschaft! So, vorwärts, bitte. Waffen geschultert! Geht das bitte? Das wäre wirklich nett. Bereits, eure Lordschaft! So, killt sie bitte alle. Egal, wo, hauptsache, ihr killt sie. Zur Stelle! Schild bereit, eure Lordschaft! Jetzt steht trotzdem, Armutsschütz. Wie kann der denn sterben? Das sind doch tausend Schilde. Hahaha. Schulde! Schild bereit, eure Lordschaft! Schild bereit, eure Lordschaft! Schild wird neu geholfen! Schild, eure Lordschaft! Geil! Ich hab's noch eine erwischt. Ist mir egal. Sire! Und... Marsch! Schild bereit, eure Lordschaft! Waffen geschultert! Schild bereit, eure Lordschaft! Bereits, eure Lordschaft! Nein, 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 nein! Warte, 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 warte! Ach, das ist doch schon wieder scheiße. Und laden? Ich hab da... Es... Hahaha. Die darf ich mal sehen. Mh... 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 Lecker. Schild bereit, eure Lordschaft! Ja, bitte? Ja, bitte, mein Lord! Nein, das mag ich nicht, mein Lord. Schild bereit, eure Lordschaft! Das kann ich nicht, mein Lord. Bitte suchen Sie sich was anderes aus, mein Lord. Ihr könnt auf uns zählen. Mit Vergnügen, Herr. Schild bereit, eure Lordschaft! Achtung! Vorwärts! Schild bereit, eure Lordschaft! Äh! Wohin gehen wir? Schön. Und weiter. Sehr wohl, mein Herr. Wir rücken aus. So, ganz zurücklaufen. Und los! Sire! Waffen geschultert! Haben wir's jetzt hier? Ja? Sehr gut. Trefft ihr den? Bitte? Bereits! Schild bereit, eure Lordschaft! Trefft ihr den bitte, das ist wichtig. So gut wie tot! Ah, ich kann nicht anvisieren! Danke! Danke! Es hat mal endlich was funktioniert hier. So, wir werden jetzt ganz kurz die ganzen komischen Pechtypen töten. So! War schwierig? Nee, gut. Und los! Schild bereit, eure Lordschaft! So, trefft ihr die! Sie sind Geschichte! Ja, tut ihr! Das ist fein! Das Gute ist, wir können uns hinter der Wand verstecken und können den trotzdem abschlachten. Sehr gut! Dann lasst wir die kurz ein bisschen da wüsten. Ruhig auf aggressive Haltung, ist mir egal. Viel Spaß! Treffen zwar sehr selten, aber sie treffen. Und das ist wichtig. Solange die treffen, ist das fein. Was für eine Kackburg, Mann! Achso! Trotz aggressiver Haltung interessiert euch nicht dafür. Okay. Gut! Stopp! D-D-D-D-D-Double-Kill! Uah! Zur Stelle! So gut wie tot! Sie sind Geschichte! Übrigens Respekt, dass die das von so einem Winkel schaffen, da so ein... Zwei, drei Meter hohe Wand da einfach drüber zu schießen. Ladet nach! Während die da genau davor stehen. Und ihr Ziel treffen. Mit einer Armbrust. Klar. Wie auch immer die das machen. Und den treffen sie jetzt nicht, Weißer. Ja, ist klar. Kommt der Prozess! Uah! Jetzt treffen sie den, Weißer. Ich will sie den an, treffen sie nicht. Ich will sie den an, treffen sie den. Und los! Ah, es macht Sinn. Manche Bolzen fliegen aber auch echt ganz schön cool durch die Gegend. So einfach so, hui! Ganz komisch. Na komm! Uah! Na wird's bald. Danke. So gut wie tot! Irgendwann habt ihr's! RIP! Schön! Und speichern! Allzeit bereit! Allzeit bereit, mein Lord! Was wünscht ihr? Bewegt euch! Wir schicken schon mal ganz aus die Truppen danach. Schild bereit! Verlassen Belagerungsgeräte! Verlassen Belagerungsgeräte! Machen geschultert! So. Jetzt wird's mich interessant. Und speichern! Wie kann ich den platzieren, ohne dass er mich trifft? Konstruieren Belagerungsgeräte! Weil ich glaub, so sind wir schon zu nah dran, oder? Flutbad ist berechnet! Oh nö, geht. Er sieht uns nicht wegen der Wand wahrscheinlich, ne? Ja, praktisch. Okay, fein. Au, an! Das war ein Genickbruch. Ich glaub immer noch, das ist eins der geilsten Sounds in dem Spiel ist dieser... Wenn die mit dem Stein so ne Juni treffen. Dieser Sound ist einfach köstlich. Ich weiß nicht. Ich find den so geil. Oh, wo ging der denn hin? Ciao. Oh, mhm. Meine Güte, Leute. Ey, du hast gleich alles drumherum getroffen, aber nicht den Turm. Was ist mit dir? Du hast mehrere Leute gerade einfach geköpft hier. Triffst die Mauer komplett außen rum. Also die sind komplett rippt da oben auf dem Turm jetzt. Aber der Turm selber, der steht noch. Komm, der muss jetzt sitzen. Ich pack's nicht. Der ist sogar echt gepackt, den mit dem letzten Schuss noch zu treffen. Was für ein Profi. Und speichern. Krass. Wenn du die jetzt mit dich reintriffst, ja, dann kriegst du ne Goldmedaille. Au, war fast mit dich, ja. Das war trotzdem ein guter Schuss. Bin ich zufrieden mit. Starke Hitsch. Wir benötigen Steine. Au, auch okay. Müsstet ihr zumindest alle drei töten können. Wobei denen da vielleicht nicht ganz, aber die anderen beiden sterben. Dachte ich. Komm, kriegst du noch einen kleinen Ehrenschuss. Wir sind schon halb verweist. Der geht's wahrscheinlich jetzt irgendwie hier oben hin oder so. Ja, oder da. Ja gut, ist auch egal. Und speichern. So, jetzt ist die Frage. Gehen wir, hacken wir uns hier durch? Was wäre eigentlich sehr impfreich, bin ich ehrlich? Uns hier durchhacken? Da können wir uns nämlich ganz heimlich durchbolzen so. Und dann einen schönen Spand da außen rumlaufen. Und dann dadurch die zwei Dinger durchpieksen. Und dann da rein. Das könnte auf jeden Fall machbar sein. Ich hoffe noch, dass die Schwertkämpfer und die nicht alle angerannt kommen. Weil das könnte sonst echt eklig werden. Wobei, ich habe viele Nahkämpfer. Also, das wäre auch okay. Erstmal bauen wir Schilder. So nämlich. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Raummeister. Schild bereit, eure Lordschaft. Achtung. Und los. Schild bereit, eure Lordschaft. Und speichern. So. Trefft ihr die? Weil jenen, die wir treffen können, würde ich auch gerne abschießen. Ah ja, die treffen den sogar tatsächlich. Tatsächlich, sehr schön. Beide sogar. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Tot. Na, schön mit dem Müll entleeren hier, wenn es geht. Geht das? Ich meine, der wäre nicht ganz so wichtig. Aber warum nicht? Nehmen wir mit, wenn es geht, ne? Ah ja. Guck mal an. Zwei Hit bitte noch. Irgendeiner, bitte. Ah, der war knapp. Die waren alle scheiße. Oh, sehr schön. Guter Hit von meinem Freund durch. Bereits, eure Lordschaft. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Das geht gar nicht, okay. Cool. Zur Stelle. So gut wie tot. Der geht sogar, theoretisch. Trefft ihr den auch? Loll. Nice. Stark. Den da oben vielleicht? Sie sind Geschichte. Könnte klappen, könnte nicht klappen. Beides machbar. Aber ich glaube eher weniger. Aber der ist auch überhaupt nicht wichtig. Der ist komplett irrelevant. Und los! Der ist noch ein bisschen wichtig, weil der steht auf jeden Fall im Weg. Eigentlich können wir uns jetzt sogar schon fast durch die Mitte durchholzen. Weil, da ist nicht mehr viel übrig. Aber wir gehen aber trotzdem hier unten lang. Da sind wir auf der ganz sicheren Seite. Die müssen nur noch ganz kurz den hier treffen, bitte. Wobei, wenn die den da oben treffen konnten, können die auch bestimmt auch den hier treffen, oder? Weil sein Turm ist ja rein theoretisch näher dran. Von der Seite aus gesehen so. Ach ja. Das ist immer so schön anstrengend hier zu warten. Man muss so viel Geduld mitbringen. Das zieht sich übelst. Boah, ich weiß noch, bei der Schlangenjagd habe ich eine Timelapse gemacht. Die ging so lange. Danke. Mein Gott. Endlich habe sie getroffen. Und? Sire. Kurzer Prozess. Lol, das geht sogar wirklich. Die können rüberschießen. Trefft ihr denn wenigstens auch? Ja, tun sie sogar wirklich. Lol. Ja gut, dann. Nehmen wir es natürlich mit den Händen, ne? Na komm. Bitte treffen, meine Freunde. Ihr habt es einmal geschafft, ich schaff es auch nochmal. Na kommt schon, Jungs. Oh mein Gott. Ein Luckshot bitte noch. Oh, wahnsinnig gut. Schön. Und speichern. Waffen zur Schulter tot. Einen Bolzen muss ich nur treffen. Ein einziger. Die Position ist richtig gut. Wir treffen den Turm hier, den, die hier, die da stehen, den auf den Turm. Also die Position ist richtig heftig. Krass. Und sogar noch den Turm. Also sehr, sehr gut. Speichern. Schild bereit. Bereits eure Lordschaft. So geht das. Sie sind Geschichte. Müsste eigentlich. Zur Stelle. Warten wir ganz kurz. Die müssen ein Synchron schießen. Sonst sieht es hässlich aus. Schild bereit. Eure Lordschaft. Achtung. Dann gehen wir näher ran. Oh, kann er nicht mehr treffen. Wie ärgerlich. Dann schießen wir mal zurück. Aber ich glaube, ich treffe jetzt auch nicht mehr. Kommt schon, ihr trefft das. Ganz sicher. Irgendwie. Ich hatte Vertrauen in euch. Bitte treffen. Jungs. Jetzt vielleicht. Boah, ist das eine Schande. Also jetzt ist peinlich. Von da hinten aus trefft ihr den Turm hier. Aber die trefft ihr jetzt wohl nicht. Ach, ich weiß auch nicht, Leute. Ja, weil da zwei Mauern weg sind. Ich weiß schon. Aber trotzdem. Belastend. Und speichern. Ja. Ja. Bewegung. Bewegung. Jetzt läuft ja eh wieder in der Stachelfalle. Irgendeiner von euch. Wetten. Safe. Ja, war so klar. Und laden. Alle rennen sie durch die Stacheln und denken sich so. Oh, mein Willi. Muskelkraft. Nein. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Was wünscht ihr? Was gibt's? Auf ins Getümmel. Wir sind bereit. So. Lassen wir kurz die auslösen. Das ist ja dann eigentlich nicht richtig. Mein Herr, fehle. Bin zur Stelle. Ja. Sind aus dem Wirt. Da ist trotzdem noch einer gestorben. Ja, ihr Vollidiot verdient. Okay, die können alle safe stehen. Sehr gut. Schwertkämpfer rücken auch langsam an. Oh, die treffen ja doch. Lol. Jungs. Aber so nach 10 Jahren erst, ne? Mal egal, wenn sie treffen, ne? So, speichern wir. Und speichern. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Ihr könnt natürlich auch versuchen, alles safe da durchzubringen. Aber ganz ehrlich drauf geschissen. Bogen gespannt. Lass die Pfeile fliegen. Oh, okay. Überraschung zur Seite. So. Hab ich jetzt die Hotkey gesetzt, weiß ich auch. Eins, zwei, drei. Na endlich. Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Fünf. Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Wir folgen vier. So, meine lieben Schwertkämpfer. Vorwärts geht's jetzt hier. Und speichern. Was wünscht ihr? Wie wäre es mit einem kleinen Happen, euer Gnar? Jetzt treffen die überall, aber nicht das Maustück, wo die vorstehen sollen, ne? Oh ja, klar. Bogen schützen bereit. Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Seid ihr wirklich so beschissen am Schädel? Alter, ihr habt doch einen klaren Befehl bekommen, das Ding da anzugreifen. Mein Bogen ist euer. Ey. Jetzt hauen die auf das Maustück da. Richtig unnötig. Da warten wir ganz kurz, bis der andere Schütze gestorben ist, weil dann können wir mich hier easy durchhacken. Weil ganz ehrlich, wir sind nur noch Bogenschützen. Zehn Stück davon, von den Schwertkämpfern sollten auch wohl reichen, dass die uns dann nicht mehr besiegen können. Oder? Das wäre ja so hardcore traurig, wenn nicht. Mein Herr, sind auf dem Weg. Eure Befehle? Pfeile bereit. So besser vielleicht? Ein bisschen. Ja, so ist besser. Oder waren es so zwei Glückstreffer? Na, wobei... Er ist tot. Passt. Und speichern. Was gibt's? Eure Lordschaft? Bin zur Stelle. Womit kann ich dienen? So. Wir folgen euch, Herr. Ihr seid das Mauerstück zerstören. Nur das da. Nichts anderes. Danke. So, rein da. Loll. Ach, die konnten da drüber klettern. Ja, entspannt. Speichern. Und speichern. Einer für alle. Sie sind wehrlos. Nicht den Turm. Die Mauer. Jetzt waren die wieder in zehn Richtungen. Die, die zehn machen richtig Sinn, Leute. Idioten. Vorwärts, Männer. Na ja. Komm. Lass die mal Idioten sein, ne? Jetzt können wir uns selber auf den Turm eigentlich stellen. Das müsste eigentlich passen. Ja. In Bewegung. Schild bereit. Eure Lordschaft. Und Angriff. Manchmal hilft nur. Was wünscht ihr? Nennt euren Wunsch. Wir speichern mal ganz kurz auf. Prrrrrr. Fakt zwei. Und speichern. So, die Bogenschützen stehen jetzt mit Schilden gemütlich um und können sich der ganze Zeit jetzt wehren. Und in alle Richtungen ihre Pfeile verballern. Ja, endlich. Und wir machen jetzt auf. Was gibt's? Ja, Herr. Durch da. Ach, uff die Bude. So, alle Fähnkehmer sind gestorben hier. Fantastico. Schild bereit. Eure Lordschaft. Bogenschützen bereit. Runter gehen mit Schilden zusammen, bitte. Mein Bogen ist euer. Eigentlich können wir jetzt sogar den König wechseln halten, theoretisch von hier. Aber wir können auch gerne hochrennen. So, da stemmen jetzt die. So, es ist offen, die Bude. Und rein. Auf geht's. Und trip. Eingenommen, mein Ort. Sieg. Ja. Ist ne Kackburg. Ne richtige, schlechte Burg. Sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff. Ich weiß nicht. Ich find die komplett hässlich, die Burg. Die ist kacke gebaut. Die ist unnötig groß. Ich mein, klar, es ist halt die Burg von Edinburgh wahrscheinlich. Aber trotzdem, es ist halt... Also, gameplaytechnisch ist es ne Katastrophe, finde ich. Die gesamte Burg. Ist doch irgendwie einfach nicht geil. Die macht auch irgendwie nicht so Laune. Na ja. Gut. Das war auf jeden Fall Edinburgh. Beim nächsten Mal kommt Glücksburg. Da hab ich ein bisschen Schiss vor. Weil die sieht... Ich weiß noch, die war heftig. Da müsste für mich Pech richtig, richtig gut Glück haben, dass das funktioniert. Und im Angriff wird das sowieso ein bisschen krass. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.